Wenn ich in der Fußhänger-Zone mal nett und freundlich um 50 Cent bitte oder einen Euro, dann höre ich immer dasselbe. Ich glaube, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Ich glaube, ich habe gerade alles in Parkautomaten geschmissen. Ich glaube, ich habe ja keine Zeit. Da fällst du echt vom Globen ab. Na, Dodo? Mensch, könnt ihr euch vielleicht mal was Neues einfallen lassen? Neue Glaubensgeschichten für Querdenker auf dem Ökumenischen Kongress Kirchehoch II in Hannover. Na, das hört sich aber mal gut an. Was?